so der verlassene kindergarten wir sind in gruppe 2 im raum 2 gruppe 2 ist der nächste raum nichts mehr da ist schade aber es ist ein lust place ein alter kindergarten hauswirtschaft das wird leider ein kurzes video weil sie einfach nicht mehr viel gibt keine sackkasse hier geht es doch weiter jetzt haben wir diese fenstermalereien fensterdeko und es geht zurück das war es eigentlich schon hat sich ja fast gar nicht gelohnt das zu filmen ja hier sind noch ein paar blumen an der wand hier ist der raum 3 mit der schnecke und hier ist der raum die gruppe 2 der turm hat ein bild gemalt und hier ist fertig feierabend und es macht noch krach und mit diesem bild beende ich dieses kurze los place video weil mehr gibt es hier leider nicht zu fehlen wenn es euch gefallen hat leistet einen like da und abonniert mich auch wenn man hier nicht viel sieht es gibt wieder andere videos wo man doch mehr sieht und hier ist der ausgang ist ja nicht abgeschlossen zumindest nach außen und kann man gemütlich raus bis zum nächsten mal ja 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 ja